Ich war sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass er getroffen hat. Es war natürlich ein wichtiges Tor und dann auch eine wichtige Vorlage. Er hat es neben seinen Assists oder seinen Scorer-Punkten auch sehr, sehr gut gemacht, was das Anlaufen angeht. Man hat einfach gesehen, was Tore dann auch mit dem Stürmer machen, dass er sehr euphorisiert war nach seinem Treffer und dann, ich glaube, dasselbe Anlaufpensum hatte, wie er es eigentlich immer hat nach Einwechslung, nur meistens war er nach zehn Minuten kaputt, jetzt war er nach 30 Minuten immer noch nicht kaputt im Vollsprint, weil er psychisch deutlich besser drauf war. Ich glaube schon, dass wir ihm mehr Spielzeit geben werden in den letzten vier Spielen, weil er es jetzt einfach gut gemacht hat und weil er unter Umständen auch zu der einen oder anderen Idee gegen die nächsten drei Gegner sind es auch passen könnte. Demnach hoffen wir schon, dass er diese gute Leistung, die er dann gegen Bremen im Pokal gezeigt hat, natürlich auch in den nächsten Spielen, Bundesliga und auch Pokal wieder auf den Platz bringen kann. Möglichst alles reinzuwerfen, möglichst die drei Punkte am Samstag zu sichern und im Pokalfinale auch das bessere Ende für uns zu haben. Dortmund ist ein Top-Team mit einem Top-Trainer, mit einer auch zuletzt wieder sehr, sehr guten Entwicklung, waren mal lange Zeit relativ weit weg von den Champions-League-Plätzen, sind sie wieder total nah dran. Sprich, auch für sie geht es in dem Spiel um extrem viel, auch für uns geht es um viel. Und ich verschwende jetzt nicht allzu viele Gedanken daran, wer in Deutschland die Nummer zwei ist oder nicht, sondern es gibt einfach so viele unterschiedliche Dinge, die man dafür beachten müsste und dass es nicht damit abgetan wäre, wer an der Tabelle vorne steht oder wer das Spiel gewinnt. Ja, ich habe mich sehr gefreut, hat auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht gestern. Er hat sehr viel gute Kontersituationen eingeleitet, hätte er, glaube ich, noch ein, zwei Tore vorbereiten können. Zwei hat er eigentlich vorbereitet, wo die Kollegen dann leider nicht getroffen haben. Ja, im Hinspiel hat er eine große Chance vergeben. Ich bin froh, dass es keine Auswirkungen hatte bezüglich des Finaleinzugs. Ich glaube, dass es dann am Ende des Tages verdient war und hat auch seinen Anteil daran. Er war letztes Jahr nicht dabei in Dissabon im Halbfinale. Demnach war das, glaube ich, eine schöne Sache für ihn und eine gute Sache, eine erfolgreiche Sache. Ich freue mich, dass er dann im Finale ist und tatsächlich auch ein gutes Spiel machen wird. Ja, die Kritik kriege ich immer so ein bisschen mit, auch natürlich nach dem ersten Halbfinalspiel. Es ist immer die Frage über die Sinnhaftigkeit, was man dann alles so postet. Das tut man dem Spieler, glaube ich, nicht immer zwingend einen Gefallen. Und am Ende des Tages freue ich mich, dass er den gestern gemacht hat. Der war jetzt nicht so schwer. Das macht er normalerweise blind, aber trotzdem freue ich mich für ihn und hat das insgesamt, zumindest wie ich das bewerte, hofft, dass der Thomas jetzt nichts anderes sagt, aber das ist ganz ordentlich gemacht.